Ich halte sie verkehrt rum und jetzt lasse ich sie fallen. Und wie ihr seht, kommt sie tatsächlich auf den Füßen auf unsere Modellkatze. Hallo liebe Leute, heute geht es darum, wie es Katzen eigentlich schaffen, immer auf den Füßen aufzukommen. Denn eigentlich widerspricht das dem Naturgesetz der Drehimpulserhaltung. Wenn sich irgendwas rechts rumdreht, dann muss irgendwas anderes sich links rumdrehen. Das ist in unserem Universum so und die Katze scheint ja nur in einer Richtung zu drehen und dann gibt es ja nicht noch eine zweite Katze, die anders rumdreht. Also zum Beispiel folgendes Experiment kann man zu Hause machen, wenn man möchte, wenn man eine sehr friedliche Katze hat. Ich halte meine Katze, jetzt meine Gedankenkatze an den Füßen fest, sie hängt nach unten durch, ist verkehrt rum, hier ist der Kopf, da ist der Schwanz. Ich lasse sie los, nur 10 cm oberhalb der Tischplatte und im nächsten Augenblick sitzt sie auf der Tischplatte, als wäre nichts passiert. Wie konnte sie so schnell wenden? Ich habe hier zur Illustration mal eine kleine Modellkatze und mit der geht das auch. Ich halte die jetzt hier mal so hoch und lasse sie fallen. Ja, und ihr seht, die Katze bleibt auf den Füßen stehen. Wie hat das der Luftballon geschafft? Das ist natürlich keine Katze und ihr habt, glaube ich, schon verstanden, das ist ein anderer Effekt. Der Luftballon ist sehr leicht, er hat Luftreibung, hinkt nach wie ein Fallschirm. Die Pappfüße sind viel schwerer und die ziehen das Tierchen immer nach unten, sodass es eben auf den Füßen aufkommt. Bei der Katze geht das nicht, weil die Füße sind viel leichter als die Katze. Da muss es einen anderen Effekt geben. Und was viele Leute denken ist, das hat was mit dem Schwanz zu tun. Wir haben hier eine Skizze, die Katze verkehrt rum. Hier fängt der Schwanz an zu rotieren und er rotiert zum Beispiel links rum, die Katze dann automatisch selber rechts rum und landet. Da gibt es aber ein Problem, wenn man das durchrechnet. Und zwar ist der Schwanz ja viel leichter als die Katze. 200 Gramm der Schwanz, die Katze 2 Kilogramm. Ich muss in 0,2 Sekunden, also einer fünftel Sekunde, gewendet haben. Und da kommt raus, dass der Schwanz eigentlich so eine Propellerbewegung machen muss, mit 50 Umdrehungen pro Sekunde. Und das müsste man hören. Hören wir einen Brummton, wenn Katzen fallen? Nein, hören wir nicht. Der Schwanz ist viel zu leicht, als dass die Katze so wenden könnte. Sie macht es anders. Sie gehorcht diesem Naturgesetz, indem, wenn wir annehmen, sie wenkt an zu fallen, dann merkt sie das. Die Füße stehen nach oben und im Augenblick des Fallens knickt sie sich. Und jetzt gibt es eigentlich zwei halbe Katzen, die sich gegeneinander drehen können. Und dazu muss, wie hier mit meinen Fingern illustriert, muss es möglich sein, dass das Rückgrat sich sehr flexibel verhalten kann. Wenn sie sich um 180 Grad gedreht hat, der rechte Teil der Katze links rum, der andere rechts rum, stehen die Füße nach außen, die Katze klappt zurück und sitzt einfach auf dem Boden. Und das geht so schnell. Allerdings braucht man eben ein sehr, sehr flexibles Rückgrat. Turmspringer, also Menschen, schaffen das, solche Wendemanöver in der Luft zu machen, nach dem gleichen Prinzip. Elefanten würden das jetzt nicht unbedingt schaffen. Da würde ich das auch nicht raten. Auf jeden Fall, also dem Elefanten. Auf jeden Fall gilt immer, dass das Naturgesetz der Drehimpulserhaltung eingehalten werden muss. Wenn sie was rechts rumdrehen lassen müssen, muss sich etwas links rumdrehen. Die Katze macht das sozusagen intern, die Erfüllung dieses Naturgesetzes. Dankeschön, bis zum nächsten Mal. Wenn euch das jetzt gefallen hat, dann könnt ihr das hier unten liken oder ihr könnt noch mehr von unseren Videos anschauen.